Im Rahmen des Welt-Bienentages wollen wir uns auch um das Thema Regionalität kümmern. Wer beim Imker einkauft, kauft regional und leistet gleichzeitig einen Beitrag gegen das Insektenstorben. Wir sind heute bei dem Imker aus Leidenschaft Thorsten Schiebenes. Ja hallo, herzlich willkommen bei mir heute mit Privatimkerei Schiebenes und bei Highmark Regional. Ich darf vielleicht heute ein paar Produkte von uns vorstellen. Viele Honig aus der Region, Tannen, Wald- und Blütenhonig, aber auch diverse Liköre oder Honig-Schnäpfel haben wir hier bei uns in unserer Imkerei. Produkte aus Bienenwachstüchern, aber ein ganz tolles Produkt ist unser Oximehl. Oximehl ist unser Sauer- oder auch als Sauerhonig bekannt. Ganz tolles Produkt aus Apfelessig, angesetzt mit immens vielen Kräutern, ein Extrakt aus vielen Kräutern, ist entzündungshemmend, fiebersenkend, entschlackend. Also ein ganz tolles Produkt für jeden Tag, um seiner Gesundheit etwas Gutes zu können aus der Welt der Biene. Jeder kann seinen Beitrag gegen das Bienen- und Insektenstorben leisten. Kaufen Sie einfach regional ein. Am besten tolle Honigprodukte bei dem Imker Ihres Vertrauens. Kaufen Sie einfach regional ein. 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 Kaufen Sie einfach regional ein.